Musik Moinsens, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Plati Plati Wir waren jetzt noch hier stehen geblieben und ich weiß jetzt welches Pokémon an uns fehlt Und zwar nämlich das Cubone aka Tragosso, das fehlt uns noch, denke ich jetzt mal Ich muss nochmal nachgucken Oder was im Nationalen, denkst du, das fieh ich? Nooo, ich hab mich vertan, verdammt 104, 104, da war es doch gerade Ne, hä, was fehlt mir da noch? 114 fehlt mir, ah, 114 Ja toll, da hab ich gerade nach dem Fall schon geguckt Priolu Was kommt hier, was ist 114? So, wartet Da, 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 da Okay, wo haben wir ihn? Da ist der da, da ist er, da ist er, da ist er, da ist erfreut mich So, welches Spiel ist drin? Okay, Platin ist drinne. So, wartet. Jetzt hier aus erster Hand erfahrt du Setzt auf die Spiel-Datei. Fick dich. Deine Mutter ist auch eine Spieldatei, auf die ich zugegriffen werden kann. So, jetzt geht's. Meine Fresse ist das klein. Alter! Kann man ja gar nicht mehr lesen. Heftigst. Ja, bla. Nervt mich nicht. Juhu, ich hab ein Formel, Nido, irgendwas. Alter ist das klein. Podex wechseln. So, jetzt gucken wir mal nach, was ist 114, 114, 114. 114 ist laut dem Dex ein... Wartet, ich hab's gleich. Inkognito! Das fehlt uns auch noch. Gut. Häng dich auf. Ja. So. Dann wissen wir jetzt, dass uns noch fehlt. Zuerst mach ich aber hier mal unser starrer Via, damit wir auch das im Dex haben. Ah, hier haben wir die Sonne Bonbons. Okay, Inkognito fehlt. Inkognito. Und danach kriegen wir den nationalen Dex und können auch endlich da oben in ein Kampfareal rumrennen. Boah, bin ich blöd. Und sowas vergesse ich natürlich, dass wir gar nicht den nationalen Dex haben. Lalalala. Lalalala. La, lala, la, lala. Dun, 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 dun. Und ich denke, ich muss die Arena nochmal durchmachen. Äh, die Liga. Weil jetzt können wir dann auch endlich mal das wirkliche Liga-Vermatch machen. Weil das wird dann nämlich nochmal ein Stück heftiger, hoffe ich jetzt mal. Dass ich richtig am Frusten bin. Aber dann hole ich mir die ganzen Legendären und haue mir denen einmal richtig auf die Fresse. So, drohst du rum. Wir erstatten dir doch mal einen Besucher ab. Warum habe ich nie einen Inkognito gesehen? Ey, das ist immer total behindert, was ich hier abziehe. Ich war noch nicht in den Inkognito-Ruinen und hab da ohne Schutz irgendwas gemacht. Ich war drinnen, aber mit Schutz erstmal geguckt. Das ist nicht mehr wieder die Taxo-Logik vom Feinsten. LL. QQ und so, ne? QQ. Lalalalalalalalalalalalalalalala. Haben wir noch einen Schutz drauf? Ich hoffe jetzt mal nicht. Und somit haben wir auch Inkognito gesehen. Jetzt können wir endlich hier weg von diesem gottesverdammten Ort. Juhu, das war das T von meinem Namen. Tim heiße ich. Das war Zufall, Zufall. Nein, das war gewollt. Das Spiel wollte mir eine Nachricht senden. Das hat mein Anfangsbuchstaben ganz vorne hingemacht. Das erste Inkognito, was ich sehe. Juhu, jetzt ist das T-Inkognito in meinem Pokédex gespeichert. Achtung, Achtung. Juhu. So, jetzt aber. Ah, die Takti, du willst eine Forte. Ja. Hm, du hast gesehen. Ausgezeichnete Arbeit, die Takti. Wenn wir uns nicht mehr in der Pokédexin noch rechnen. Ja, Studien. Oh mein Gott, nein! Professor Heibe, der Echte! Ja, ich sag Ihnen, sie nur wirklich, aber Zustimmung, Gelegenheit, Weg. Oh ja, ich hätte müssen, wenn ich ein paar Jahre schlecht hin und auf dem Weg sehe. Wir haben doch immer gescherzt, wo Pokémon sind, da finden auch ein Film ja schön, der nicht geendet hat. Professor, ich möchte Ihnen meinen Neuzugang im Labor vorstellen. Dieses junge Wesen. Cool, ich habe als Wesen bezeichnet, nicht als Leben des Etwas, sondern bloß als Wesen, als Ding, als irgendwas. Hat jede Seite das Leben immer... Oh mein Gott, ah, ja, freut mich sehr. Ja, du hast schon mitbekommen, dass ich also... Professor Heibe hat mir in letzter Zeit viele gute Dinge über dich berichtet. Er überschlägt sich ja fast verlobt über deinen fantastischen Trainer, bla bla. Ausgesprochenes Gefühl, richtige Timing. Weißt du, Professor Heibe mitzubringen? Ja, bla. Hier, Pokédex, Nationalmodus, schließlich noch viel besser. Pokédex, Detaxo auf National. Oh, jetzt, halt die Schnauze, ich möchte mich da oben jetzt... Keine Angst, Detaxo, Aufgabe, Lading, übrigens, im Fallen, äh, Region. Nun, ich habe gehört, das Penis und... Ich stehe auf dicke Schwänze, deswegen schreibe ich immer kleine Lücken an. Na, na gut, äh, juhu, Pokerada! Halt die Fresse, ich weiß, wie der Scheiß funktioniert. Lass mich in Ruhe, du hast doch keine Ahnung. Okay. Ah, jetzt kann ich hier oben endlich weiter. Oh mein Gott, ich glaube es nicht, ich glaube es nicht, ich glaube es gerade nicht. Gut, ich wäre dafür, wir machen zuerst das Areal, hier hinten alles fertig, danach machen wir im... In der Siegestraße das, dann machen wir eine Liga Rematches. Und jetzt sind die auch endlich weg und wir können weiter. Und da ich zu blöd war, das zu machen und mal wieder total verpennt habe, das zu machen und... Es tut mir einfach bloß leid, Leute, mehr kann ich da nicht sagen. Ich habe Hunger. Mann, bin ich gerade so gut drauf. Boah, Leute, ich bin gut drauf, ich kann hier 5 Stunden am Stück jetzt aufnehmen. Ja, das wollen wir doch alle. Ich bin gerade so schön im Reden drinnen. Nein, 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 das wollen wir alle nicht. Ja. Juhu, Level 90, geil. Wie mache ich das jetzt? Verdammter Scheiß, ja noch eins. Mann. Hammerarm, das ist sehr effektiv. Und Feuerzahn, das ist sehr effektiv. Ja, es liegt aber, glaube ich, überwiegend an der Musik, dass ich gerade so richtig gut drauf bin und einfach so einen Redefluss habe und dann hinauf und dann zu reden. Blablabla. Los, Psychothoss. Go, Elithoss. Whirlpool, oh mein Gott, nein. Ich bin verwirrt. Dönerschlag und Halt, warte. Genau andersrum. Dönerschlag und Schöwequelle. Und Flopdi-Doo. Empolion ist nicht um was zum Abbermantagstestown. Ja, das hatte ich auch nichts anderes erwartet. Aha, Hydro-Bomö geht daneben, aber Whirlpool tut mir weh. So, nochmal Tattoxa und nochmal denselben Spiel erneut. So, Down. Und Down. Und Down. Gigastoss und Energieball. Plupp. Oh nein, Energieball hat es schon getötet. Thorsten. Oh nein, Energieball hat es schon getötet. Thorsten. Das war wieder sowas von zusammenhanglos. Das ist ja wirklich schon fast ein Anti-Witz. So. Möchten Sie weiß oder möchten Sie Vollkornbrot oder doch lieber Weißbrot? Das ist mir egal. Ich bin ja mit dem Fahrrad hier. Ah, ha, ha, ha. Ja. Die Lösung zu dem letzten... Zu der letzten Frage, die ich in dieser Beziehung gestellt hatte. Die Antwort auf meine Frage, was ist braun und fetzt durch den Wald, ist natürlich ein ferngesteuertes Rennschnitzel. Dann will ich das jetzt auch endlich mal erwähnen. Ja, langsam geht es mir wirklich auf den Sack, diese Melodie hier andauert. Oh, Halle, das fieh ich nicht. Eine sehr gute Verteidigung. Nee, da war es doch die Spitze-Verteidigung. Bam, 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 bam. Oh, es ist vorbei. OMG. Eee, ee, 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 ee. Ja, so eine Scheiße habe ich auch bei mir auf dem PC. You don't wanna fuck with... Şimdi... Meine Stimme geket ab. Ja, meine Stimme katchet ab. Merkt man vielleicht GANZ weh! Da muss ich mich richtig anstrengen, um so weiter zu reden. AHAH!!! Sherry lady F吵.. Listen to your heart Sherry, Sherry lady Emotion.. Baby the first time Let me be her Sherry Sherry lady Emotion doesn't have to lose it Listen to your heart Sherry, Sherry lady Ich hab den Text schon wieder vergessen. Ich konnte ihn ja fast auswendig. Ja, ihr werdet jetzt hier in den nächsten Parts mich immer richtig geil singen hören. Juhu! Das wollte doch schon jeder von euch einmal erleben. Letakso live beim Singen. Obwohl es eigentlich war Mal über mich, Everytime, Its the same. Oh, I feel the beat. Take my heart. Oh, the only days of long. I can't be so strong. Who's the chance through a man's? Take my heart. Mit your soul... There's no time... I need your soul. Sherry Sherry Lady... Going thru emotion... Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry, Lady, go through a motion, long, like the first time, let me take a pause. Boah, hier hängen Erinnerungen dran. Lady, na na na, emotion, na na na, lose it. Hat sich dann wieder auf dem Weg, nie haben wir es gemacht, ich bin derzeit ein Arzt, Schenk, aha. Cool, jetzt müssen wir nie wieder zu unserer Mutter zurück. Nicht übel. Wow, hier müssen wir nicht mehr da haben, da habe ich selbst noch keine, tja. Tisch. Danke, das Gewalt hat die Sonne. Aha, jetzt nehmen wir Zwischenstürungen mit Reisendübungen. Ey. Hey, Tom. Hier gehört jetzt eine Villa. Wow, das ist ja so eine Ersobe, du musst wirklich reich sein. Gib mir ja fälligst was ab. Okay, ich werde dann folgendes machen. Wir erzählen allen, dass dir eine Villa gehört. Cool, danke, damit promotest du mich. Yo. Pokémon Trainer müsste man sein, dann hätte man ausgesorgt, für immer. Ernsthaft. Ich glaube an einem so eine Brunusbäre können bis zu drei Bären dranhängen an einem so einem Strauch. Jau. Also ernsthaft, Pokémon Trainer wäre wirklich mein Traumberuf. Vor allem Pokémon Trainer in Platin. Ich kriege einfach bloß alles in den Arsch geschoben. Ich kann machen was ich will. Große Sofa. Juhu, ich habe das große Sofa. So. Oh, die Taxi, die Sofa ist so unglaublich luxuös. Ich glaube ja, wir haben einen ähnlichen Geschmack, die Taxi. Glückwunsch. Bett. Wurde ausgeliefert. Geil. Ups. Pisset sich bereits. Verdammt. Nachttisch. Ja. Ausgeliefert. TV. Den bestellen wir uns auch noch. So, jetzt habe ich erstmal kein Geld, aber das habe ich gleich wieder in der Tasche. Dazu muss ich aber erstmal in ein Gebiet, wo es auch einen Pokémon Laden hat. Na 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 na, you'll find it. Na na na, don't lose it. Listen to your heart. Sherry, Sherry Lady. Na 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 na. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann Leute. Adio.